Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hey Dudes, was geht ab? Ja, hier nochmal ein ganz kurzes Vorvideo, vor dem richtigen Video. Und zwar habe ich irgendwie ein kleines Problem. Ich habe in der letzten Folge, ich hoffe es war die letzte Folge, nämlich Folge 18, 4.800 Münzen. Und ich kann nicht erkennen, warum ich jetzt gleich in der Folge sage, ich habe nur noch 1.000 Münzen. Entweder bin ich irgendwo durcheinander gekommen, habe irgendwas falsch gerechnet. Auf jeden Fall rechne ich jetzt damit, dass ich nur noch 1.000 Münzen habe. Irgendwas werde ich ausgegeben haben, keine Ahnung, wo die 3.800 hin sind. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Habe statt plus 1.000 irgendwie hingeschrieben, dass ich nur noch 1.000 habe oder irgendwie so. Das heißt, ich werde die darauffolgenden Folgen, ich habe ja noch zwei weitere Spiele danach aufgenommen. Und danach habe ich zwei Folgen gelöscht, weil das einfach so mega kacke lief bei FIFA. Und ich bin ja schon jetzt in der aktuellen Folge, die ihr jetzt seht, sehr krass am Durchdrehen. Aber ja, das würde dann noch schlimmer werden und deswegen habe ich die Folgen gelöscht. Und gebe mir da gar kein Geld und habe einfach die zwei Spiele verloren. Und gut aus. Beziehungsweise das eine Spiel habe ich unentschieden gespielt und das andere Spiel habe ich verloren. Oder auch unentschieden. Ich weiß nicht, auf jeden Fall bin ich einfach nur durchgedreht und es war einfach mir zu nervig. Ich bin jetzt hier in der Folge schon am Durchdrehen. Und ja, auf jeden Fall, ich rechne jetzt mit 1.000 Münzen und nicht mit irgendwie 4.800, wie es am Ende der letzten Folge steht. Das ist mir nämlich gerade beim Editieren aufgefallen. Und deswegen dachte ich mir, ich sage es euch nochmal, weil ich in der letzten Folge was anderes stehen hatte in meiner Schweizer Bank. Muss ich jetzt anpassen, jetzt habe ich nur noch 1.000 in meiner Schweizer Bank. Warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich wollte es euch einfach nur nochmal sagen. Gut, das war es und dann geht es sofort runter ins Video zum Spiel. Hey Dudes, was geht ab? Herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge Ultimate Team. Und wir haben uns mal ein Gegner gesucht, weil wir haben ja nur 1.000 Münzen und Ibarbo wird uns da zerfleischen. Wir haben wohl ein Serialteam. Und ich bin heute einfach mal mit Kapuze da, weil ich das voll lecker und locker und alles fand. Ne, eigentlich eher einfach so, weil es cool ist. Weil ich es habe. Jansen, der zieht da den Ball noch mit. Uh, da kommt die Flanke recht gut, aber im letzten Moment doch vereitelt. Passt er auf ihn auf. Ach komm. Da kriegen wir gleich so ein scheiß Ding rein. Ich hatte ihn. Ich konnte ihn nicht klären, leider. Und da sieht dann Klinian Adler keinen Stich. Es war sehr schwierig. Das ist wohl wirklich so. Also echt saumäßig schwer. Ich kann es nichts machen. Komm es nicht ran. 2 zu 0. Ein super Match. Ja, so geht das. Lewandowski. Da ist das Ding. 1 zu 2. Jetzt holen wir auf. Ey, das Ding hätte sowas von drin sein müssen, oder? Das war vor, meine ich. Das war drin. Zack. Wunderbar. Kommt schon. Oh, Jungs. Geht ran zum Ball. Ah, jetzt werde ich nervös. Es klappt nichts. Ich kriege die Leute, die lenken sich nicht. Die lassen sich nicht lenken. Wunderbar. Es geht nichts. Die stehen da nur und laufen nicht zum Gegner. Es ist heute mein erstes Spiel. Es ist einfach Mist. Ich weiß echt nicht, was das ist. Die Leute machen überhaupt nichts. Also, ich habe das Gefühl, ich kenne nicht mal den Spieler, den ich haben will. Oh, komm, ey. Das war doch jetzt kein Rot. So ein Mist. Bierbiabiani, ja, natürlich. Ach, komm schon, ey. So ein Drecksspiel. Das ist doch einfach Pisse. Ja. Lewandowski, Nummer 2. Ja. Mann, 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 Mann. So ein Pisser. Den kriegen wir. Schön, dass Drax hat er dann nochmal seine Übung ab, als er Anpfiff war. Ach ja, da pfeift er ab, wenn er mich anpümmelt. Ja, nee, ist klar. Sehr schön. Zweite Halbzeit, ja, jetzt müssen wir irgendwas machen, da. Ich weiß auch nicht. Ich kann nichts. Ich kann es nicht. Ey, 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 Mann! Das gibt's doch nicht! Hau die Pille doch mal richtig weg! Nur 30 Millimeter haut er den weg, damit der Gegner gleich wieder ein Tor schießen kann. So ein typischer Mega-Fail von FIFA. Ja, Mann! Leider nur eine Vorlage von Lewandowski und kein Tor. Wir brauchen jetzt noch ein Tor von Lewandowski. Das ist einfach so ein Scheiß. Ja! Ja, Mann! 11 Meter! Gib ihm ne Karte! Verpiss dich, Abate! Wieso geht diese Scheiße nicht rein? Ja! Wieso geht dieser verfickte Elfmeter nicht rein? Ey, so ein Miss... Ja, ja, ach komm, ey! Leck mich am Arsch! So eine dumme Missgeburt! Na, wenigstens das! Was machst du?! Abseits, abseits, abseits! Oh! Und die UF wieder! Mist! Aber trotzdem gut! Treffer! Das hätte eigentlich der Siegtreffer sein müssen! Mann, Mann, Mann! Ey, ich hasse dieses Scheißspiel! Ein Punkt! Yay! Ja, damit muss ich wohl... Tschüss, Jansen! Jetzt müssen wir uns einen Neuen holen! Ähm... Ich hab vier Tore geschossen, heißt 4000. Vier Gegentore, heißt 2000 abgezogen. Ich hab ne rote Karte, hab ich rote Karte auch irgendwas gemacht? Rote Karte minus 500 oder sowas? Oder hab ich die drinnen gelassen? Ne, ich hab das nicht drinnen gehabt. Also krieg ich 2000 zu meinen 1000 dazu. Das heißt, da kann ich noch bestimmt irgendwas holen. Was? Das werden wir dann demnächst sehen. Macht's gut! Tschüss.